So, Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Gano, äh, irgendwas, irgendwas. 5 bis 7 haben wir. Weiter geht's. Das Jahr, wir sind gerade, eben, äh, muss aber, wo ist denn, wie geht's? So, im Jahr 6, äh, schon 6. Schuljahr. Wieso muss man den Ding überhaupt wegstecken? Damit man schnell laufen kann. Ich weiß, wo ich den hinstecken würde. Oh Gott. Was, Kato? Der vibriert nicht, ne, das weißt du schon? Ja, 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 klar. Ähm, wir müssen wahrscheinlich hier rein. Wie heißt das? Was wohl? Nee, ich hab das gemerkt, weil die Kapitel und die Rosa Pfeil da drüber war. Rosa? Rosa! Okay. Und Kato. Kann doch hin, wenn ich dir was habe. Warte, ich hab mal hier. Warte, ich hab mal hier. Warte, ich hab mal hier rein. Ich hab ja keine Lust. Aua, da hängt ein Schüler an der Uhr. Was zu retten. Ja, aber du, weil ich die umgeguckt hast. Kann ich tun. Wir wollen hier einen Fortschritt zeigen. Nein, wir wollen hier 100% zeigen. Nee, wollen wir nicht. Weil die Anstrengung da ist, dann müssen wir nochmal durchspielen, Alter. Wahrscheinlich. Oh, das war hier komm mal vor. Hey, 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 hey. Autsch. Das war's halt nicht. Ja, das war ich. Ach, jetzt bist du wieder errocknen. Du wolltest aber Harry sein. Ah, Luna lacht. Ich hab mich schon richtig dran gemeint, dass er es doch Harry Potter will sein. Er hat wieder die Dinge versperrt. Ah, Luna hat eine spezielle Brille, okay. Yay, ich darf Luna lachen zu sein. Wo bist du, Luna? Weil ich drei Girls bringen. Ah, okay. Ich bin, ich bin alle Mädels. Das hat mir aufgefallen. Weil sie sonst ja nicht... Oh, nein, das hat sonst ja nichts mit dir nicht. Hihihi, jo. Yo. Setz, bitte ruhig. Wie geht's, Manni? Boah, was ist denn in uns? Ist das viel? Hört sich zu viel an. Hier ist irgendwas über sich, boah, aber... Was ist hier? Ach, cool, ich hab noch mal an... Art Land. Du warst ja schon lange, Mann. Kann ich vor. Kann ich mal gar nicht richtig spielen. Ich dachte, ich hab was Geistes gefunden, aber du hast es schon lange. Hört sich. Ja, ich hab' nicht mit mir. Hey. Ähh. Ich schätze. Schön, ich weiß eigentlich, ist so gut. Bzwui. Jetzt hoberei, bin mir. Mein Zaubererzuwechsel. Du sagst, ihr welche tollen... Dinger daheim. Ach, schweiß, ich hab' gar kein Tier, ne? Nein. Ich dachte, ich kann da noch nicht so durch. Nein. Wir haben auch beide kein Tier. Doch du hast hedelig. Ja, die kann ich nicht einsetzen. Hier. Zug in die Rehung gesetzt. Ich hab dich doch gefahren, was ist denn hier? Ja, was weiß ich was du da machst. Ich sag nicht, wie fahren wir jetzt zurück zum... ...zu Gano. Woher sind wir denn jetzt? Wir müssen doch sagen, dass wir den Zug nicht mehr nutzen dürfen. Du gehst jetzt einfach nicht beim Zug. Ganz einfach. Ja, ich dachte, da geht's weiter. Wir haben doch jetzt sogar den Weg freigemacht, damit es weitergeht. Der ist jetzt wahrscheinlich wieder zu. Ja, wahrscheinlich schon. Halt, was ist das? Da geht's rein. Bleib hier stehen. Ja, aber jetzt erstmal gucken, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Oh, geil, hier kann man auch nicht. Auf der anderen Seite bestimmt auch schnell. Oh, jetzt ist es los. Ich hab was Goldendes gefunden. Wollen wir es mehr werden? Ja, klar. Das ist ja gut. Wahrscheinlich musst du das Novato-Spiel da spielen. Und dann kriegt man so ein Tier. Mit Ron ist man dann wahrscheinlich hier. Die hat gar keine Kretze mehr, scheiße. Aber die Hermieke ist da bestimmt da. Die kann dann mit ihrer Katz verlangen. So. Ja, das ist. Okay. So. Ach geil, du guckst selber oben, wo ich geh. Was ist das denn? Geil. Guck mal. Azubcar. As 갈ğer. Wiegカ, guck was ich hab. Insacaks لو dass Musachi. Weide ich hab' ich verfolgt, zum Zombie. Zaunwie can sing vielanal. Ja, ich versuche mich zu überfahren, aber ich komm' nich. Disset, kriegt nix. Ah, der ist abgeräumt so gut. Oh ne, hier kommt wieder eine Sumpfkubi. Das ist eigentlich total heiß. Mann, Kaito! Aua! Was ist hier mit der diese Lampe? Mann, Kaito! Man kann die Lampe benutzen! Ach, wie fühlt ihr das etwa nicht? Ist das nervig? Nein! Ja, das ist sehr nervig, also. Ah, ist das nervig? Oh, Mann! Ja! Ich dachte, ich fahre mit dir. Was ist das nervig? Die kann man hier manchmal aus. Was ist das nervig? Mann, ich sag' dir, ich sag' dir vornhörig. Ist das nervig? Gegensatz zu dir. Das ist ein Tug verloren, das war die. Ich weiß ja, wo ich mich wohnen darf hier. Ich geh erst hier rein. Mir egal, ob du dich mal umgucken möchtest. Weil... Weil du musst total mal befangen. Ich muss jetzt einmal hier hin! Hier! Damit ich da hingeschleudert werde. Geht aus dem Weg! Ich muss rausstrangeln. Mir geht nicht. Warte, ich kann mal... Irgendwie den Kutz oder so. Weil ich dachte, du kann mal den blauen da reinmachen. Ja, genau, aber kommt auch den Kanzler dann natürlich. Weil ich baue jetzt hier erstmal... Das war... Wohin? Hm... Ich würde sagen, da hoch, aber da ist ja nichts. So. Doch, hier fangen wir mal einen Leiterraum. Was ist denn hier? So. Jetzt bin ich hier oben. Verdammt. Was ist hier? Wollte nicht. Oh, hier. Oh, ich bin hier oben. Oh. Oh, wir können nicht weiterziehen. Oh. Oh, okay. Ach, keine Ahnung. Kein. Oh, ey. Hier kann man aber bisschen graben wieder. Aber gut, hat gar nicht angezeigt. Die täglich. Ne? Ja, dann ist es für die roten Sturz einfach um einsammeln. Da haben wir uns halt noch keine gefunden. Naja. Zwischen Frequenz. Harry und Lula. Und jetzt noch Apfel mit so einem Schwurmbad. Die kleine Professor. Ja, wahrscheinlich. Oh, Harry, Harry und... Hey, mach Harry nicht gar nichts an der Tür. Ja. Lula, Lula. Ich fand Lula, als ich war ganz cool. Nur aus Charakter von, ne? Das ist ein Zeughaus zu abwerfen. Schwarzer Künste oder sowas bekommen, ne? Scheinlich. Weil er wohl schon immer... Teilnehmer, die Doppelkünste werden. Teilnehmer, die Doppelkünste. Was war... Es war nicht so weh, hier. Also wieder diese Fackeln müssen wir wieder hier haben. Das ist wahrscheinlich wie der Nummer eins... Weil ich dachte, es wäre mal eins... Da müssen wir... 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 Oh, oh, oh. Mach' fertig, mach' keiner, nicht hoch. Wie nicht? Prozent 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 der Erdrucken muss das Licht nach dem Ort ist auch um was machen doch mal das will habe ich gewartet auf dich das ist der Kasse wieder zuerst hohen ich mag mich einfach umgucken kalt holt geschwächtet da sind doch so schön das ist ja alles gleich aus aber die wisschen erforscht werden die kundel hier geht es nicht weiter also eigentlich geht es da weiter aber wir kommen wirklich weiter ja hier ist durch das tor da hinterher aber ich weiß nicht ob er die brille hier ist auf jeden fall geld was wir auch brauchen also hier ist anders hier ich weiß mal nicht wie ich wo auch gemacht hat man was ist ob es sich bei bongstein die ich zusammengesetzt habe oder die dagoels die daraus entstanden sind habe ich oben auf die plattform gesetzt ich hätte mich wahrscheinlich erst mal fünf stunden hier aufgehalten bestimmt eine halbe stunde später die spiel das ist das wäre ich nie so weit gekommen das ist auch richtig ein bisschen doch so crocs die wir da sammeln wir waren doch bei halbblutprinz oder? oder? und dann machst du erstmal die halbblutprinz ja genau oder? muss man es ja nicht sammeln? ja, was soll man denn hier? halbblutprinz hm müßiger Tod ok müßiger Tod ach da ist jetzt nicht mehr irgendwie so scheiße halt damit warte mal das ist Bretter ne Schlange und und wieso blege ich hier mal rum? das aber auch nicht wechseln wir haben keinen anderen zur Verfügung äh wo ist der Wiener denn? ich habe eine Suche gefunden ähm ich habe eine Suche gefunden Keine? Ja. Hier kann man Ermini gebrauchen, oder was ist da? Nein, einer der Fahler entspricht. Kann ich das? Ja, und das hier. Das ist ein Fahler. Das ist das zu lösen. Genau. Das ist das zu lösen. Also das ist das zu lösen. Also das ist das zu lösen. Es muss nicht sein, warum. Ich habe das. Du kannst keine Masken, weil du ein Sparer kannst. Ich habe alle 4 Kombinationen ausprobiert. Gelb, blaus, grün, grün. So, da gibt es die Schmuck. Okay, du. Ich probiere es jetzt nicht schon mal ein, ne? Ja. Ein Teil brauchen wir auch wirklich. Ja. Wenn ich nur die scheiß Fernbindung steuern könnte, wenn ich so kacke mit dem PC... Mann, bei einem Schüler da oben, ich kann nicht, ich kann nicht auf den Ziel. Was ist das denn, äh, Kisten? Kannst du den Schüler umbefreien? Den Schüler. Hier da unten in der Ecke. Ach, du doch. Oh, ich hab's schossen. Ja, alles. Wofür brauchst du mich, wow? Nein, ich bin nichts, aber... Es ist ja ein Netzplatte, wir sind ja schon mal deswegen. Jetzt kann ich mich in den Kisten gehen. Ja, ich denke, du musst die Kapfe auf die Dinger setzen, richtig. Also kommt das hier da. Das kommt, äh... Ach, ja, nur hast du es jetzt verpackt, dass man das Gelb da nicht mehr rauskriegt. Das ist okay. Naja... Das letzte... Das ist ein Roller-Stutz. Wieso habe ich verpackt? Wo ist es denn verpackt? Ja, gerade sahst du aus, als sei es, aber... Okay, jetzt haben wir schon mal gebraucht. Tag der linken Ton. Dann haben wir nach. Ich glaube, ich würde mich nicht unbedingt trinken. Aber ich will's. Dann stirbst du, ne? Ich will's. Oh, alt. Ja, genau. Hä, 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 hä hä. Äh, hä hä, hä hä hä, hä hä hä. Wie viel wird sich dazu gewinnen? Das ist ein Glückshauerspruch. Ich glaube, dass ich ihn da so fest bin rum. Ich fühle, dass auch sein Deal offen steht. Ja, liebte. Ist das auf jeden Fall. Äh, da ist ein Voldemort. Was macht der? Speichern. Ich weiß immer, was die Lappen bringen. Machen die irgendwas? Und haben sich aber auch Steine gefunden. Ach so. Ja, die ist immer ruhig da? Doch, hinter dir schon so. Dann kann ich doch wieder wechseln. Ja, machst du es nicht. Weil ich es nicht gesehen habe. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... ... leider auch. Jetzt erst mal ein bisschen auch noch klappen. Ja. Auf jeden Fall. Ach, scheiße. Was dann? Ich habe mich gekürtet. Das merke ich schon die ganze Zeit. Wofür war ich das überhaupt eigentlich immer wieder hier? Wie weit findest du hier aber unsichtbare Steine? Da zum Beispiel? Ja, jetzt weiß ich auch, was wir jetzt haben. Ach so, dann kann ich jetzt etwas nicht sagen. O. Ich schau mal jetzt hin. Weißt du, wo ich jetzt rein bin? Der hoch ist, weil da die Steine sind. Wie hoch. Wie hoch? Was ist das? Ja, so ist auch immer ein bisschen, wie der gute Zauberspunkt da ist, oder? Ja, kannst du benutzen. Okay. Wie hier ist das? Ach so. Aber musst du die Linie lang führen? Ja, also, danke schön. Ja, aber. jetzt im kreis im stadt zum weg habe ich das gefühl gehabt das kann man zusammensetzen wir können wieder zurück Der ist jetzt weg. Ja. Der respawnt nicht. Der ist bestimmt wieder da. Nein, er ist nicht. Weg ist er. Deine Schuld. Deine Schuld ist das. Wir müssen hier weiter. Wir müssen nicht da oben. Wir sind hier völlig falsch. Das ist okay. Wir müssen den Geisternutz noch folgen. Moment, Weasley's können das noch öffnen. Wir müssen runnen. Aber wir haben schon so viel geht. Auf jeden Fall. Scheiß auf den einen. Da, der da ist. Da guck mal, ich will Kohle mehr haben. Ich glaub nicht, dass wir das jemals gebrauchen können. Hier mal alles auf einmal raus zu gehen. Ich dachte, der ist da einfach rein. Nur weil... Aber das ist mein Vergiss-Mal-Misch. Nee, das ist jetzt... Erinnerungste. Vergiss man nicht, ist das, was Neville hat. Diese kleine Gugel. Achja. Also war doch ich mit Harry Potter Universum. Ja. Ich dachte schon, das ist irgendwo anders. Hab ich da mal gehört. Das ist aber irgendwie das Denkarium oder sowas. Achso, jetzt kannst du diese... Erinnerungste. Ich bin auf jeden Fall Herr Gründer. Nein. Haben wir da? Nein. Wer denn? Wollte nicht. Ich kenn nicht alle Namen aus Harry Potter. Das waren zu viele. Eris Eltern? Nein, auch nicht. Das hätte mich auch schwer gewundert. Ich bin Mrs. Cole. Und wenn du C drückst, kannst du mich schon aufziehen, wenn du bist. C. Drück doch C. Da, Dumbledore Jung. Ich hab' ich Wandsprung machen. Nein, aber du sollst da erstmal weggehen, weil sonst fällt der auch zugleich auf sich hinunter. Der ist aber gar nicht auf mich heruntergefallen. Das ist so, weil du es gedrückt hattest. Jetzt muss ich dich nach oben drücken, Leute. Wahrscheinlich. Du musst da alles einsam sein, was da ist. Wahrscheinlich da irgendwas freischalten. Ich hab' das runtergeschoben. War das geplant? Muss denn das sein, oder? Eigentlich nicht. Das liegt da immer noch. Das ist wirklich da. Das sah aber grad so aus. Da einsetzen, wo es funkelt. Puh, wie ich weiß. Aber jetzt nochmal. Okay. Das sah aber wirklich grad aus, als du so ein bisschen runtergeschoben hast. Ja, weil alles schwarz und weiß ist. Hier war's oben, ne? Okay. Ich kann wahrscheinlich hier so runter springen. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier so rein. Was kann ich jetzt nicht hier oben machen? Ich glaube mit dem Boden nichts, aber ich kann hier die Tür aufschließen. Ich kann mich gar nicht mehr an dieser ständige Ere. Was? Was ist das? Du fändest? Ich kann dich zaubern? Du musst zaubern. Hier ist gerade was runtergefallen, was du zaubern musst. Ja, genau. Das ist ja auf jeden Fall. Oh, geil! Hier viel Geld. Ich hab' ja schon Geld eingesammelt dazu, aber... Was ist hier drauf, als du jetzt? Auf die andere Seite! Ach, da muss ich lernen. Ach, da muss ich lernen. Was soll ich das denn wissen? Sieht alles so dunkel aus. Wenn eine Version nicht funktioniert, dann muss natürlich die andere sein. Staubsauger. So, was gab's damals schon? Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist mein Geld hier! Geh weg da! Ich kann nicht zaubern. Das ist kacke. Ich hab nur einen Schlüssel. Ist doch egal. Zauber hier! Hier ist was lilanes! Zauber! Was machst du das nicht? Weil ich nicht zaubern kann! Ich bin ein Muggel! Was begibt sich auch Dumbledore mit Muggeltam? Ich fäng die Tür nicht! Herrschaftszeiten! Ja! Da, da! Zauber! Weil du da schon so weggegangen bist! Da, da! Zauber! Was muss ich mal sagen, wenn ich zaubern muss. Ich weiß nicht mehr. Ich hab mich ausgereiht. Du hast belastet. Doch! Hier kann ich auch zaubern, Kaitro! Hier auch! Überall kann ich zaubern! Aber du bist so gut, so ist man gar nix! Das ist ein blaues Schlein eigentlich. Sag mal, wie ist dein Geld allein da? Hier kann ich auch wieder zaubern! Wie war das? Wer ist das? Ist das dieser Tom Riddle da? Ich kenn mich auch mal aus! Aber ich dachte, das war das zweite Teil. Wie kann man auch die Schrecken klagen? Oh! Ich hab nicht mehr. Ich hab'n War Tom Riddle wird später wohl! Ich hab'n jetzt gar nicht gemerkt mehr! Hm! 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 Wir müssen die Erinnerung haben von unserem Professor! ach so da müssen wir dann mit 11 37 ich weiß auch nicht machen ja so der wechselt dann automatisch ihr was ist so schnell ich bin da mit der abend eigentlich ist ein rotes hautschmutter anwenden das stimmt Ja, was ist hier drin? Muss irgendwas drin sein. Ach, ein schöner Lot. Ich hab schon gefragt, was du das da ist. Wie werfen wir was? Ja. Was denn? Goldenscheinloch, glaub ich. Ohne wieder mehr Geld. Ich hab mir gar nicht mehr angezeigt. Schon so viel kann gar nicht mehr angezeigt werden. Warte mal, was ist das? Ein Schüler. Ach so, ich dachte schon. 10 Minuten erst. Erst? Hier, roll roll roll. Wir haben was später bepflanzt. Hier ist noch ein Weg. Oh. Oh, jetzt haben wir sie ein. Ist das ein Befeuchstum? Nein. Mann, das ist so Schwurteile, das ist immer kacke. Du stehst direkt vor der Tür, wie soll ich das anstellen? Ich kann dir auch zu dir kommen. Wenn ich da mehr siehst. Dies ist jetzt wohl besser. Es ist so klar mit dieser Perspektive, weil man nicht weiß, wo dieses Scheißblatt ist. Ich hab's geschafft. Rot und Gold bezahlen haben wir ja sogar. 139 haben wir jetzt. Sammeln jetzt einen blauen Mama. Oder sind wir zwei blaue? Für gestern. Ich bin zur Kunst. Wie ist die Kunst? Weil ich oben auch Dach war. Hier. Da bin ich jetzt erster. Ja, klar. Ich war eine Schnecke. Okay, eins zu eins. Jetzt ist der Sieg entscheidend. Jetzt kommt kein weiteres. Was scheiben sie schnell? Okay. Kein Tor, Mann! Tschüss. Hey. Erster? Nee, wir waren gleichseitig. Ja, wir waren gleichseitig. Ja, ja. Ähm. Wo müssen wir... Warte mal. Achso, da ist wieder nur mit, ähm... Unsichtbare Brunnen. Ja, genau. Braucht man hier aber eigentlich fast gar nicht. Es gibt so viele Sachen immer. Moment. Er braucht ne... Ne Kelle? Okay, das erfahren wir dann im nächsten Mal, wie es da weitergeht. Und bis dahin dann... Tschüss! Euer Anker, Dimension und... Kaito! Der Dirk. Töne. Töne.